Brasilien ist dir zu weit weg? Dann erlebe die WM-Finalspiele. Hauptnah bei der großen WM-Party am Samstag, 12. Juli, bei der Brauerei Schloss Eckenberg in der Bierstraße in Forchdorf. Mit dabei, Franky Schinkels. Ich komme zu euch, moderieren, singen, in die Mitte, Marlena Martinelli, der beste Sängerin von der Steiermark. Und am Sonntag das große Finale, kommentiert von Toni Polster. Ich werde für euch das WM-Finale live moderieren, kommentieren und auch analysieren. Erlebe die Finalspiele auf einer 35m² großen Leinwand. Oldmark Party mit uns. Infos unter www.floro.at oder unter der Telefonnummer 0650 919 2200.